Unleash the beast Was geht ab meine Freunde und damit herzlich willkommen zu Company of Heroes Wir zocken jetzt die Auslöschung Und wir zocken hier auf so einer ganz komischen Map Wo wir jetzt keine Dings haben Keine äh Sachstelle Ne? Ja Keine Keine Sternchen haben Was wollen sie? Wir müssen jetzt Nur Benzin halten und dann irgendwie versuchen den Gegner zu vernichten Dafür gibt es aber auch keine Punkte worauf wir uns konzentrieren müssen Man ist einfach nur reinrennen und alles niedermähen Ist jetzt die Devise Erste Benzinlager habe ich Ich gehe direkt zum zweiten Die lasse ich aber hier Die gehe ich da hin Das ist unbesetztes Gebiet Kampffase 1 Die ist da Und hier hinten werde ich mich dann barrikadieren Denk mal die werden da Benzin haben wollen Da gibt es nur eine Brücke Um da rüber zu kommen Ja und unten durch Unten ist halt ein Weg Ja aber wenn ich mich unten barrikadier Da unten gar nichts Naja gut Ich glaube das wird schon wieder easy So einmal von allem ein bisschen Von allem ein bisschen Gebaut Alter wie für Ressourcen wir haben Alter Oh shit Jetzt habe ich ein Problem Hier ist ein Panzer Meine Panzer sind noch nicht ready Können wir gleich mich herunterschicken Ab genug Ich denke mal bis der hier ist bin ich Er zerlegt mir gerade alles Ja mein MG Trupp ist RIP Mein Dings ist auch RIP Okay hier habe ich Erstmal fett verloren Wir haben einen schweren MG Trupp verloren Eines der vorderen Gebäude wird angegriffen Nun kann ich die Pack nicht bauen Äh ich brauche 8 Kommando Punkte Der Feind hat eines unserer vorderen Gebäude zerstört Okay ich kann erstmal nichts bauen Oh fuck Okay nächste Einheit ist auch RIP Und das sind alles so kleine Panzer Da kommen jetzt meine Panzer an Wo ist der Pisser So Panzers RIP Oh ich bin schon oben durch Oh ich bin schon oben durch So Panzer 4 ist bereit für den Kampf So Panzer 4 Panzer 4 wechselt Einsatzgebiet Paketenträger in Bewegung Panzer 4 Einfach feiern bis sie etwas anderes aus Sturm geschützt ist in Bewegung Erwartende Fähle Zielposition bestätigt Ostwindwechselposition Reden Ort 1 Wo waren die Pisser jetzt? Panzerbesatzung Bewegung Hans pass auf Und Wilfred Kommando Panzer 4 könnte nun entsetzt werden Wir stehen unter Beschuss Kontakt Feindlicher Panzer Kontakt Feindlicher Panzer Es ist schon verstaunlich was ein paar Filmguckplatzier zur Straße anstellen können Alles klar ich habe schon einen Panzer verloren Er ist auch wieder RIP Er ist auch wieder RIP Er ist auch wieder RIP Das war das Bälle Bitte komm Komm schieß doch endlich Er ist ein Mann geschützt Schieß Wir haben einen Panzer verloren Wir haben einen neuen Panzer 4 Er hat direkt zwei Panzer verloren Wir haben einen Panzer verloren Alles klar ich habe Ich bin soweit In Branden Jetzt noch lang auf Unternehmste Zielposition Wir haben sie für mich Wir haben sie für dich Wir haben sie für mich Wir haben sie für mich Stuckwechselposition Du die Panzer einfach nicht gesehen hast, ey. Die sind so tarnt hier in dem Busch. Habe ich den scheiß Panzer jetzt? Ne, es steht hier immer noch mitten im Busch, alter. Das ist voll kacke, ihr mit dem Buschen, alter. Du siehst die gar nicht. Hier stehen zwei Panzer. Ein Panther wurde uns vom Vaterland geschickt. Yo, ich bin dem Panzer beim Gegner, der passt. Ja, ich bin dem Panzer hier. Alles Feuer auf Nose. Ein Kapitänzer in den Wald. Eisenbahngeschmack gefeuert. Ein Panzer. Und es fliegt. 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 und hier ist eingetroffen. 16 incar Vanderhelden. organizeIZEMER. 1 Rxe gonna sterben. Einer unserer Panzer wurde zerstört. � victims. Fein Gott, mein Panther ist schon wieder platt. So, noch ein Panther am Start. Ah, ich stehe jetzt ein Panzer vom Regen. So, noch 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 ein Panzer vom Regen. Mein Gott. Aber da flitzen irgendwo ein Dings rum. Eben wo so Kartuscher Dinger. So gestürzt. Eisenbahngeschütze bereit geladen. Eisenbahngeschütze abgefeuert. Die knubbelt sich da jetzt. Ja. Das ist feindliches Gebiet. Sollen wir das bauen? Das sei den Knarabschuss. Soll es auf den Verraten befrieden. Bitte schluss. Wenn ihr so ein Zeug der Dinger aufjascht. Weil ich krieg die gar nicht alle auf einem Bildschirm. Also auf einmal Bildschirmfläche dass ich alle aktivieren kann. Oder anwählen kann. Von vorne ist der erste Lied. Ja. Wie jetzt ist das. Die mit dem Weinen mit dem Feuer aufjascht. Dann kommt er aus. Ja. Die mit dem Feuer steht. Die kommen ja gar nicht durch, die ganzen Panzer. Was soll die Maus halt? Alter, wie viel Panther hier einfach nur stehen, ne? Keine Chance gegen deutschen Zürdenkasten. Panzer 4 geht in neue Position. Der Mann hat einen Panzer zerstört. Hans, pass auf! Trotz allem ist mein größter Panzer gerade mal mit zwei Sternen. Das sieht krass aus, Alter. Panzer bin bereit. Ja, GG, Alter. Aber ich hab wieder gefühlt so ein kleines Loch gehabt, ne? Ich hab meine ersten drei Sterne. Was denn? Was denn? Wir haben einen Trupp verloren. Wir haben was. Fast eine Stunde, Alter. Das war mal eine fette Schlacht, Mann. Das war mal eine richtig ordentliche Schlacht, Alter. Ich glaub ich hatte jetzt irgendwie 20, 30 Panzer. Heftig. Wo geht eigentlich mein Loch? Gebaut wurde wieder zerstört, gebaut, zerstört, gebaut, zerstört. Bei mir, Alter. Ja gut, ich hatte da die ganze Zeit mit der Ruhe gehabt, ne? Pack 43, die baue ich immer, Alter. Die ist nice. Ich bin gerade vorhin im Panzer geworden. Zerstörte Fahrzeuge mit einer Pack 18 Panzer, musst du dran glauben. Loll. Mein bester Punt hat 20.000, nein, 200, über 200.000 Damage gemacht. Alter, eine Pack 40 hat bei mir 1210 Effizienz. Egal Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Hochschule bis zum nächsten Mal.